Wir schließen den Kreis. We close the loop. Die WIPAK Nord GmbH und CoKG sorgt für den Closed Loop, den geschlossenen Kreislauf. In jahrelanger Arbeit hat das Unternehmen einen Wertstoffkreislauf auf die Beine gestellt, in welchem Stoffe aus komplizierten Verbünden recycelt werden und dann zurück in die Automobilherstellung gehen. Für die Trennung automobiler Stoffverbunde war WIPAK der erste und ist noch immer der mit weitem Abstand führende Dienstleister weltweit. Mit dem neuen Recyclingprodukt Altstoßfänger zu Neustoßfänger bietet WIPAK seinen Kunden ein Produkt, das bisher auf dem Markt so kein anderes Unternehmen im Angebot hat. 34 Mitarbeiter und 6 Auszubildende arbeiten im Unternehmen. Die Devise des Unternehmens lautet, unsere Mitarbeiter sollen Spaß haben, in die Arbeit zu gehen. Überdurchschnittliche Sozialleistungen gehen einher mit einer eigenverantwortlichen Arbeitsweise. Im vergangenen Jahr erhielten alle Mitarbeiter eine Gewinnbeteiligung. WIPAK ist als Gesamtunternehmen auch im sozialen Bereich sehr engagiert. So werden Einrichtungen für behinderte Kinder regelmäßig mit Weihnachtsspenden bedacht und ein Verein der Asylbewerberhilfe, eine Klinik, das Rote Kreuz und ein Tierschutzverein unterstützt. Firmeninhaber Peter Wiedemann ist ehrenamtlich als Vorsitzender der Lebenshilfe am Stammsitz der Firma in Neuburg an der Donau aktiv und ist Geschäftsführer des Maria-Weigel-Hauses für Behinderte ebenfalls in Neuburg. Das war's für wider square, die Woah, die Badische Mottoferien Vaynerg beaucoup. Wobei zwischen den Welt und den Bereich 있는 Bediener zu führen, Der Staat der Circus und Education daritta also wir ja in Neuburg anwesend. Vielen Dank.